Es ist meine erste Runde Wettwurst seit zwei Tagen. Es ist meine erste Runde Wettwurst seit zwei Tagen. Weiß. Ey, deren Ablöse ist 22, ne? Egal. Ja, mit 22, 8, 5, 5. Ist gut. Krieg ich den Suicide von hier? Ne, ne? Er will no-shift und kriegt nicht mal 1-Stack hin, alter. Pfff. Und er versucht... ...der stirbt macht, äh... Ja, ist das Power-Track. Okay, er ist von nachgefallen. Sehr schön, Kotti. Kotti! Leute, erstmal first rushen gehen. Nein! Hey, Kotti, wie will ich doch den bekommen hat, ne? Hab ihn. Ne. 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 Ne, nur eins. Egal. Er will sich wieder nur schnorren. Nur anstechnurren, dieser Typ. Warte. Warte, tief gleich. Warum machen die denn keine Konto, hä? Wie die Anti-MLG sofort machen. Ne Eisenwickel? Ich hab ne Eisenwickel. Naja, Stein. Ich hab ne Eisenwickel, lass mich. Hast echt ne Eisenwickel? Nein. Nein, das ist Stein. Ich hab grad hier vorgekriegt. Oh leh, Standbild. Ist doch ein Cobweb, kannst du reinspringen. Wo denn? Auf deren Base. So, jetzt ist das safe. Alter, der gibt die Hits des Todes, Alter. Wir haben nicht mal den One-Stick gesplieft, Mann. Wollte ja, aber dann hast du das Bett einfach abgebaut. Jaaa. Hey, ist mir leid. Jetzt mag dich keiner mehr. Jaaa! Ich glaub den Bau runter für die. Die haben noch keinen zweiten. Okay, warte, ich glaub den Bau runter. Leid provokant. Ey, ich sag doch nur Hashtag Partner klären. Wir helfen denen. Nein, Scheiße. Okay, ich hab keine Ahnung, was wir machen. Oh, nice. Ey, ich darf nur mal 2 Stacks. Gott, ich denk. Ja, ja, jetzt 1 Stack. So viel dazu. Guck mal, das war ein 5 und 6 Stacks. Nehmen wir jetzt das Luck of the Sea Stacks, okay? Ich brauch nur, ich brauch nur noch 22 Blöcke. Dann kann ich unten durchziehen, dann hab ich's Bett. Ich hab das schon mal gemacht. Ohne Spaß kann jetzt mal jemand kommen, bitte. Danke. Du bist doch voller Kürz. Trotz, was gehst du denn zurück, du Opfer? Junge, er steht in der Mitte und läuft einfach zurück. Ja, jetzt haben wir doch Wacht gebaut. GG Leute. Jetzt kann ich unten durchziehen. Äh. GG. Der Typ. Das war zu. Muss man schon sagen. Ist unser Wettweg? Ne, ist das nicht. Ich bin über deren Base. Ich komm gerade von oben. Ja, die Rod meinte erstmals wieder drunter, aber... Ah, ist ein Turn. Muss man sagen. Der Typ hängt seinen Platz. Digger. Ich bin so zu. Warum hat eigentlich keiner von euch Gold gesaght? Ich hab keine Bucke. Nein. Ich... 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 Ich hab's verlieben. Wer macht denn? Wir haben einfach die ganze Ruhm schon geklappt. Wir haben einfach die ganze Ruhm schon geklappt. Wir haben einfach die ganze Ruhm schon geklappt. Doch, das ist... So praktisch. Also wir sind der Sat OP ab heute, okay? Ja, find ich auch gut. Bow down, bow down, bow down, Leute, bow down. Man muss das auch mit einer gewissen OG-Taktik machen. Und zwar auch so reden. Bow down, bow down. Gott, die Hälfte. Ope weg, Leute, Ope weg. Ope weg. Ope. Ope. Ne, Ope. Ope. Ne, warte. Wie lange war das vier Minuten? Ja. Ope weg. Ey, Leute, das ist verrückt. Wenn ich so richtig Try-Hard zu werben, dann ist einfach meine halbe Maus nass, Alter. Das ist mega abartig. Wenn man so gegen Ducking fühlt, ne? Ich bin einfach echt abgespitzen, Mann. Das ist so ekelhaft. Ja. Ich mach Second. Und nun sehen sie einen Cotty, der high ist. Ja. Ähm, ja. Alles klar. Cotty, man kann nicht ernst nehmen, ne? Ui. Seht ihr mich zu erhaken? Seht ihr mich zu erhaken? Habe ich zu erhaken? Seht ihr mich zu erhaken? Habe ich zu erhaken. Halt die Freste, jungen. Halt die Freste, jungen. Also, ich mach' das, ne? an ich bin auch schon gut ein in dem Leben in die Runde das ist eine gute ganze Zeit schon zweimal pro Raum auch mal nicht in der Nähe er war wichtig ich ich schwitze auf das letzte Goal-Tuschwan Ja. So, du machst Bau. Ja. Gib mal dritte Bronze oder so. Hier. 13. Ich schwitz jetzt auf das letzte. Hier nochmal 8. So, so schnell war noch nie ein Bau oben. Ich wett's mit dir, alter. Ja, die geht einfach trotzdem unten durch. Ist sie dumm? Deren Bau ist auch richtig schlecht gespielt. Deren Bau hat auch richtig schlecht gespielt. Okay. Oh mein Gott, Deadshot, alter. MEGA! Ich mach's jetzt fertig mit MLG! Ich mach's jetzt fertig mit MLG! Ich sag's dir! Ich hau jetzt raus! Enjoy my MLG! Ich bin der Wettste! Glaube ich nicht. Ach, ich bin der Wettste! Ich mach's mit Bo! Beste! Ich bin der Wettste! Ich mach's mit Bo! Warte, Shaky. Ich hab einen Scharfen. Hintroll! Enjoy my MLG! Skullcrusher! Enjoy! Ich mach mit Bo MLG hinten drauf, ja? Hast du Bo? Die haben Bo Base! Ja, Cotty hat Bo gejobbt. Die haben Bo Base. Ja, die haben Clack. Äh, 164 muss man um hinten drauf zu machen. Gib mal Blöcke. Mein Skullcrusher ist mega low. Skullcrusher ist mega low. Oh man, Shaky. Langweilig. Und nun sehen sie Cotty's Selfie Time Teil 2. Viel Spaß! Seht, oh scheiße. Oder eine volle Runde als eine volle Windel. Cotty, dein Ernst? Seht ihr mich vererkennt? Ich hab meine Blöcke verdroppt. Ich scheiß auf euch alle. Cotty, Alter. Ich bin dran. Okay, Gott. Du bist dran. Okay. Ich will! Ich will! Oh man! Lieber eine volle Runde als eine volle Windel. Ich baue den weit nach außen. Sorry, hab nicht einfach... Ich baue den Zelluma-Wail locker. Ich baue den schon mal entgegen. Na, noch nicht jetzt gegen Bogen. Oder machst du schon? Dann baue ich halt wieder weiter Bader. Dann baue ich halt wieder Zickzack. Oh man Rücken. Du fährst! Du fährst! Du fährst! Du fährst! Voll scheiße! Oh man! Das ist doch ein toller Weg! Hier, Quatti! Warum stayst du nicht, du Opfer? Für 180 oder so. Wenn wir bei denen sind. Junge, die haben zwei Leute ganz nach rechts. Da ist schon mal einen OP-Weg bei uns. Die haben zwei Leute? Guck mal da, der No-Shifted. Guck mal da, der No-Shifted. Wie hörst du da Abenteurer zu? So, ich bring jetzt mal den Bau hoch. Wir haben oben, wir haben oben. Also die... Lell. Ich hab die getroffen und die hat einfach weiter gebaut. Hex, ganz klar. Das hat die aber nicht gejuckt, dass ich die getroffen hab. Dein Ding, das war dezent anstrengend. Ja, jetzt haben wir fast geschwitzt, Alter. Ich hab... Ha! Das war's. Das ist wirklich cool. Also ich sag dir, ich hab das Timing. Ich hab das Timing für solche Worte. Sag's dir einfach, ey. Oh Junge. Oh Junge. Schau über alles. Oh, die tun wir so. Sorry. Ihr hattet das. Junge, wie lachst du denn? Junge. Die Marken. Die bauen 100 Jahre zu sein. 100 Pfosten. Die bauen 100 Jahre zu sein. Das war eine halbe Stunde. Oh, Benni tut mir grad mega leid. Ja. Voll, der Typ hat ne Sonnenbrille auf. Ich hör die sagen, die muss wachdurch. Junge, ich hab voll. Mit der Eisenbahn geb ich Gas. Mit der Eisenbahn geb ich Gas und hab Spaß. Mit der Dusche geb ich Gas und hab Spaß. Mit der Dusche geb ich Gas und hab Spaß. Junge, Benni war nicht. Mit der Dusche. Bei dir tut mir so ein Leid. Bei dir tut mir so ein Leid. Mit der Dusche. Mit der Dusche. Mit der Dusche. Junge, Mann. Junge, Gotti, Alter. Mit der Dusche. Oh, komm rein. Oh Gott. Shadow, guck mal nach oben. Was ist das? Ich will die gar nicht. Wie. Ja. Guck mal, was ich machen kann. Leute, die bauen wieder nach außen. Aus dem Mund. Alles klar. Alles klar. Doch, locker. Alter, das ist voll premium die Taktik. Die bauen voll weit nach außen. Da liegt das Eisen. Auch heute Taktik, ne? Keine Taktik, ey. Lass mich! Hält man das in den Aufnahmen, kommt die auch immer so hart. Und da nach außen, das ist hier so. Es ist 1646 Uhr, Leute. Der hat mich instant down guard. Es ist 1646 Uhr. Deck dich unter den. Deck dich unter den. Spannig. Ich zieh jetzt durch. Ich geh mit Bow hoch. Ich hab nur Cockweb, Schwert, Blöcke. Äh, keine Blöcke. Nur Bow, Schwert, Rüst und Kopf. Ja. Brauch mal Bigsake mit Erdbe. Nein, als ob ich nicht gesprungen bin. Nicht Lappen. Ich hätt's Bett haben können. Oh nein. Hab oben, hab oben, hab oben. Ja, Digga, siehst du? Ich brauch mich nicht unter die Rods decken. Ach, ich komm mit Bow hoch, dann kann ich schon mal. Du holst eh oben. Nee, drum ist der mich wieder schack. Wie der Arsch zum Penis das Vertrauen hat, dass er beim Kacken nicht pisst. Halt doch die Fresse. Nein, ich bin mit Bow runtergelaufen. Oh mein Gott. Siehst du, wir haben das Vertrauen in Chagul, dass er fehlt. Oh mein Gott. Egal, kein Ding. Nö, also ich find nicht egal. Ja, ich dachte mir so, yo, die kriegen auch nochmal ne Chance. Genau. Oh shit. Und ich zerstör sie jetzt gleich. Pass auf. Sag ich doch. Oh man, na ja, ernst. Wir sind so scheiße. Come on, Grizzly. Sorry, aber man weiß doch, wenn man fünfmal nacheinander... Oben ist einer. Oben ist einer, wie am oberen. Reicht nicht mehr. Ich geh halt hoch. Er hat nix. Ich hab equipt. Rollschwert Level 2. Enjoyed it. Okay, ich bin gerade gar nicht geflogen. Hier ist ein Weg von mir. Ich zieh jetzt unten durch, Leute. Wir haben noch ne Chance. Ich baue vom Bett aus, okay? Im Gomme. Okay, ich mach Romme. Leute, ich bin in zwei Jahren da, ne? Ich bin in zwei Jahren angekommen. Skrrrrrrrrr. Skrrrrrrrrrrr. Skrrrrrrrrr. Skrrrrrrrrr... Ich hab dreimal Block M&G gemacht, da denkt sie jetzt alle so, ah, alles klar. Oh, die haben... Ich meine, wenn wir jetzt achtmal hintereinander verlieren, ich glaub, dann hätte keiner mehr verbockt. Keiner von euch hat Bock auf den Tritt. Also, das muss ich echt respektieren, dass sie immer noch Bock haben. Also, ich kann daraus sogar einen Bestock von einer Stunde schneiden, wenn wir jetzt noch zehn Runden spielen, also... Na Junge, halt einfach. Wieder First? Ich baue First natürlich. Ich baue mal First, okay. Okay, ich baue First, ich hab zwei Bronzer, Leute, ich baue First. Mach! So, hier, First gebaut, Alter. Kommt uns mega spät noch, ne? Nee, kommt der nicht. Ach, du hast schon? Kleine Bemerkung am Rande, die Gegner hatten oben und, ja, unsere Stärke ist es mittlerweile echt oben und wieder zu überwohnen. Also, seht selbst. Ich hab schon ne wunderschöne Base. Ein zarmes Nest für dich hier. Haben wir oben eigentlich? Nein. Nein. Benny steht da. Hektisch. Okay. Okay, Benny. Ja. Habt ihr Nachkommar? Habt ihr Nachkommar? Benny's down. Ja, gerne oben. Ja, gerne oben. Aufbrickger Guy's down. Wer echt Autotik hat, ne? Da sieht man echt. Aber ich möchte das nicht da machen. Aber Borat zwar jetzt passiert. OMG. Ich brauch, äh, Safe. Lauf weiter. Ja, ich hab keine Blöcke. Wenn du mir Blöcke tust, dann stickst du. OMG! Oh je! Komm dann, Sponto. Also, Leute. Was sag ich? Natürlich haben wir wieder oben geholt. Nein, nicht natürlich. Aber ich fand, das war gut gemacht. Und jetzt kommt irgendwie so ein MLG, da bin ich relativ, selber ein bisschen stolz drauf. Irgendwie, keine Ahnung wie ich das geschafft hab. Ich hab wirklich genau richtig viele Blöcke abgebaut, um das zu schaffen. Also, seht selbst. Hast du noch die Red-Tool-Plattform? Nee. Hä? Du hast auch was war zu hören. Okay. Er läuft runter. Also, ich würd schon schön finden, wenn wir ein 10-0 führen, ne? Was? Ja, 10-0 wäre halt nice. Lass doch mal die armen Kerle, Alter. Ey, Benni tut mir echt leid. Benni hat dropped, ne? Soll ich wieder first MLG machen? Kommt auch nix. Ich bin unten sauweit durch, bis vor der Mace, Leute. Nächstes TNT. Ich bin down. Ich bin down. No down. Oh, er hat verkackt. Ha! Ich hab mir nicht mehr weg im O gekauft. Ich werd es offen. Wenn du doch mal springen möchtest. Er hat doch besser, wenn ich bin hier am Fakes. Suicide den einfach. Ein Kill. Och man. Ja, das war's doch schon mit diesem kleinen Best-Off von allen Runden. Fands ja wieder gegen Infinity. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und chill mit. Wir beenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.